Guten Morgen miteinander, hier ist der Muffi-Mau. Zukunft von Mufficraft numero 2, numero 2, für die Nicht-Italiener unter euch. Und zwar fasse ich kurz mal zusammen, was Brezzo und ich gerade eben vor einer Millisekunde noch besprochen haben. Wir machen den Server für uns, nicht mehr für irgendwelche Spieler. Wir machen das Ganze nur noch für uns und wir machen die Dinge, die wir lieben. Und das sind Mini-Avi, das ist Skyblock. Das sind kleine Projekte, die leicht umzusetzen sind, die ihr relativ schnell deswegen auch erwarten könnt. Und dementsprechend freue ich mich drauf, denn ich habe mit Brezzo evilslang geredet und bin echt stolz und glücklich, dass er jetzt die Serverleitung übernimmt. Und kann mir ehrlich gesagt keine bessere Serverleitung vorstellen. Er spricht alles mit dem Team ab. Er hintergeht mich nicht in irgendeiner Art. Er macht einen richtig guten Job, wenn es um Teamränge geht. Er macht auch einen guten Job, wenn es um gute Entscheidungen geht für Mufficraft. Also daher eine richtig gute Sache. Vielen Dank, Brezzo, dass du das übernimmst. Vielen, vielen Dank. Und an alle Memberleihen, die auch Mufficraft spielen, ihr könnt euch auf eine schöne Zeit gefasst machen. Denn mein Gefühl ist, dass es sich sehr positiv entwickelt in letzter Zeit. Und ich freue mich eigentlich schon drauf, was wir so erwarten in nächster Zeit zu sehen von unserem Team. Jo, ich freue mich drauf. Trotz allem werde ich in Minecraft jetzt nicht mitbauen, so wie früher. Ich werde auch nicht jetzt mega aktiv sein in Minecraft Server. Allerdings werde ich meine Ideen beisteuern, werde versuchen, Brezzo da unter die Arme zu greifen, wo es nur geht. Und ja, wir werden den ganzen Server jetzt, wie gesagt, anders angehen. Wir werden jetzt weniger erstmal auf Promotion setzen, sondern mehr auf die Serverqualität achten. Und ja, die Dinge eben verändern, die wir am kurzen finden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Ich bin sehr, sehr glücklich im Moment. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Server sich so entwickelt. Und ich freue mich auf die Zeit mit euch. Also Leute, kurzes Infovideo. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich antworte gerne. Und das war es auch schon. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.